Was geht ab Leute, willkommen zu diesem Video hier auf meinem Kanal, ich hoffe es geht euch allen gut, denn in diesem Video geht es um einen richtig krassen Money Glitch, mit dem ihr verdammt viel Geld in GTA 5 Online machen könnt und das wirklich jede Minute. Falls ihr wissen möchtet, wie das Ganze funktioniert, dann bleibt unbedingt bis zum Schluss dann, denn ich werde dir gleich sagen, wie du diesen Money Glitch sehen kannst. So Freunde, ich denke ihr wisst Bescheid, momentan macht Rockstar Games nämlich Auge an alle YouTuber, die momentan Money Glitches hochladen und genau aus diesem Grund habe ich ja einen zweiten Kanal erstellt, dazu habe ich schon letztens ein Video hochgeladen, das Ganze könnt ihr euch auf jeden Fall mal abchecken und Freunde, ich habe auf jeden Fall jetzt einen neuen Kanal erstellt, wo ich Money Glitches zeigen werde und genau dort ist jetzt gerade ein neuer Money Glitch Online, bei dem ihr pro Minute ein Fahrzeug duplizieren könnt und somit richtig viel Geld machen könnt. Oben rechts in der Infokarte könnt ihr das Video sehen und es direkt anklicken, außerdem ist der Link zum Video im angepinnten Kommentar oder auch in der Videobeschreibung. Also schaut auf jeden Fall mal dort vorbei, lasst ein Abo da und aktiviert dort die Glocke, damit ihr auf jeden Fall keine weiteren Glitches mehr verpasst und außerdem habe ich dort das Gewinnspiel ausgelost zum vorherigen Video, wo ihr eine 10 Euro PSN Karte gewinnen konntet. So Freunde, schaut auf jeden Fall vorbei und in diesem Sinne würde ich sagen, freut euch auf die nächste Zeit, auf diesem Kanal werden noch krasse Videos erscheinen, aber jetzt würde ich nur sagen, danke fürs Zuschauen, geht jetzt zum neuen Video, bis zum nächsten Mal und tschüss.